So, das zieht jetzt, ja, das geht schon, das geht schon, das geht schon. Du hast recht, das dahinten sieht echt immer aus wie so ein Haus. Also ziehen wir doch nicht? Doch, doch, doch. Doch, doch, doch. Das macht halt so viel Spaß hier. Jetzt, jetzt. Vielleicht gerne irgendwo, gibt es hier ein Meer? Jetzt. Aris, warte, warte. Jetzt. Müssen Sie erst mal hier einrösten hier, habt ihr Fisch dabei? Ich habe hier ganz viel gebraten. Jetzt. Ja, ähm, Fisch habe ich eingepackt. Aber das gekochte scheint auch zu gehen. So, zack, zack, zack. Alter, wie viel Druck ist das so? Naja, ein paar halt. Vergiss nicht, da müssen auch noch Lager hin, für Stöcke, Steine und so weiter. Jo, was hast du denn vor dem Mund? Lol. Und? Irgendwie so ein Tuch vor dem Mund. Hast du volle, volle Rüstung? Bist du ja ein richtiger Rambo. War ja vielleicht darum, dass dann irgendwie... Ja, stimmt das. Blattrüstung. Braucht man nur Stoff und Blätter. Lucy, hast du Rambo geguckt? Nein. Schämst du dich denn nicht? Ich habe echt nie groß Filme geguckt. Also ich weiß nicht, ich habe früher echt wen Filme geguckt irgendwie. Okay, aber du hast jeden Harry Potter fünfmal angeschaut. Fünfmal nicht, aber ja, Harry Potter habe ich gesehen, Herr der Ringer auch noch. Aber jeden Herr der Ringer habe ich bestimmt fünfmal angeguckt. Herr der Ringer. Und der Hobbit hast du auch geguckt? Bro, was fällt dir da jetzt ein Baum? Ja, der wurde mich auch geguckt. Ziehen wir los, oder? Ach ja, stimmt, was war... Ich weiß auch nicht, warum... Was machst denn du hier? Jetzt, jetzt! Die Axt, sie wird in die Bargelebe und in den Baum angezogen. Du kannst sie nicht aufhalten. Oh shit, falsch. Ich fang den, ich trag den weg. Oh, nee. Wir brauchen jetzt hier diese Fähigkeiten von Related Dämpchen 2, wo man mit dem Seil einfach die Leute einfangen kann. Dann ziehst du sie einfach weg. Calvin, was machst du eigentlich hier? Jetzt! Hä? Wo schaust du da hin? Hier! Jetzt! Ah, jetzt! Ja. Alter, dieser Opa, ey! Oh, wie du die Dinger da reingekloppt hast. Okay, ja, wir gehen jetzt los. Wollen wir dann? Deine Bausucht. So. Also. Achso, ja, haben wir überhaupt Essen? Wir gehen jetzt. Ich hab doch schon 3000 Mal gesagt, im Schrank hab ich ganz viel gekocht und Fisch hingelegt. Oh ja, das stimmt. Damit wir ready sind. Das ist ja gekocht oder getrocknet. Gekocht. Weil halt das Getrocknete nicht fertig wurde, hab ich einfach jetzt gerade die erste halbe Stunde und unsere Aufnahme nur Fisch gekocht. Wie fühlt? Du hast beim Bauen einfach so Tunnelsicht. Du, du, du magst gar nicht. Ich da auch so. Nee, übelst, übelst. Da bin ich richtig vertieft. Ich hab so Scheuklafen einfach. Wir werden eigentlich griffen. Oh, ich sterb. Also. Oh, okay, der ist dann hier hin. Ja, da könnte ich auch noch ein Bauen. Weißt du, Aris könnte jetzt so einen Herzinfarkt live bekommen. Ich würde so, äh, sagt mal, haben wir eigentlich noch Fische? Lop, dann drehst du dich, deine Brücke gebackt. Was ist mit dem wieder los? Okay, also wir speichern jetzt und dann ziehen wir los. Speichern wäre eine sehr gute Idee. Hört auf die Senioren. Wir müssen jetzt los, die Jungsbunde. Habt ihr überhaupt Gehhilfen, dass das funktioniert? Ich hab 20 Stöcke im Inventar. So, na dann. Ich hab einen, aber den trage ich. Abfluss. Okay, wir sind ready. Wo gehen wir denn jetzt hin? Ich würde jetzt irgendeine Richtung gehen, wo wir noch nicht waren. Ja, gehen wir zum Heli mal in die Höhle. Stimmt, wir können Richtung Heli wieder gehen, dann kommen wir nochmal mit dem See vorbei. Okay, wir machen hier zu. Lassen wir Calvin eigentlich hier? Also können wir Calvin jetzt einfach sagen, hol Baumstämme und dann macht ihr das, während wir weg sind? Wir können ihnen auch Befehl geben, hier warten. Ich hab Standbild. Was, Lucy? Ja, ich hab... Okay. Jetzt bist du wieder da. Ja, ich hatte Standbild. Du bist bei mir in der Luft rum. Egal. Jaja, im Sprung. Wo ist er? Wo ist er? Hier. Ich sag dir mal, er soll hier warten, oder? Ja. Oh, hat er Holz? Ich frag mich halt, ob, wenn du ihm sagst, hol Baumstämme, dass er dann die ganze Zeit, dass sie uns Baumstämme hinwerfen, wenn wir weg sind. Das wäre doch geil, oder? Warte ich. Ja. Also, ich weiß halt nicht, ob das... Aber wenn er angegriffen wird und am Boden rum... Also, er hält halt einen Schlag aus. Dann müssen wir ihn halt wiederbeleben. Ich glaube nicht, dass Calvin sterben kann. Nee, bestimmt nicht. Kann Virginia sterben? Ja. Das weiß ich, dass die... Calvin, du sollst hierbleiben, ja? Du kommst jetzt nicht mit... Sammeln? Ring, oder? Wenn wir dann herkommen, dann... Ja, liegen hier aber 5000 Stämme. Das wäre nice. Mach einfach mal und guck, wenn was passiert. Es liegen zwei Stück hier. Ich mach beseitige 20 Meter. Aber nicht unser Gebautes, bitte. Wir kommen wieder und ihr habt einfach sein ganzes Lager abgebaut. Alles auf die Mitte, so auf so einem großen Scheiterhaufen irgendwie zusammengetragen. Okay, wir müssen nichts hier runter. Das ganze Safe ist dann gecrasht, weil so viele Baum stillen. Ach, die Brücke. Ich find's so geil. Das ist so ein schönes Spiel. Das ist unfassbar. Wie lang ich sprinten kann, ohne dass die Ausdauer richtig runtergeht. Das ist so wunderbar. Ja, das ist ein Traum. Aber wir können doch mal in dem Camp da unten von denen vorbeischauen, ob da irgendwie ein Stoff oder sowas nachgespauen lässt. Oh, oder die One Wheels. Ja, die kann ich nicht benutzen, dann lächst du nicht zu sehr. Oder vielleicht finden wir ja eine Schildkröte am See. Ja. Ah, Freunde. Der hat mir gewunken. Hier, kriegst du eine Keule ins Gesicht. Die wollten ja einfach nur so schön fischen und jagen und wir... Ja. Das sind nur Touristen. Hä? Meine ganze Bl... Ich hatte... Despawn? Bleibt doch liegen, Alter! What the f... Ich hab 1, 2, 3, 4, 5 Blätterrüstung verloren durch irgendwas. Wioioi. Aber ich weiß nicht, wodurch. Ich mach mir gar keine Rüstung mehr. Das ist zu kostenspielig. Ja, irgendwie schon. Geld, ich bin reich! Nein. Oh nein. Musik. Oh nein, die haben jetzt auch eine unterschiedliche Musik. Ja, oh, das ist schon wieder weitergegeben. Hier liegt jetzt Stoff. Ja, noch Regis einpacken. Oh, hier sind diese Wheels. Nicht vergessen, ich hab nur eine Haftpombe, falls es... Ich verstand es nicht. Als es hart auf hart kommt. Ja, wenn wir mal noch die Granate haben. Seil! Ich will sie benutzen. Ich muss sie benutzen. Du musst. So, weiter geht's. Oh, da unten ist einer am Baden von denen. Oh, ne, ist glaube ich so ein dicker. Oh Gott, warum leckt das gerade so? Na gut, hier waren wir noch nicht wieder. Hör auf zu lecken. Oh Gott. Hör, was sie sagt. Ja, oh Gott. Alter, Aris. Der Opa. Turn it up, Opa. Boah, ist das schnell. Alter, ich will auch. Boah, Mann, das ist voll nervig, dass ich sie so nicht benutzen kann. Dann hab ich nämlich nur so 25 FPS. So, wir sind am See. Dann ruckelt es auch bei dir zu Hause. So, haben wir hier Schildkröten. Aber die waren doch zu klein, glaub ich. Ich hab nur mal eine im Wasser schwimmen sehen, ne? Also, das war alles. Ja, hier ist eine, aber die ist halt viel zu klein für einen Regenfänger. Meinst du, lock die mal? Kannst du die irgendwie hier schieben? Ne, ich wollte die schon schieben. Warte mal, hier ist eine. Okay, sie ist tot. Ich kann sie jetzt... Denkst du? Ich mach auch mal. Ne. Ne, krieg nur Fleisch. Ne, die ist zu klein. Oh, guck mal hier, oh, wie das aussieht. Okay, ne, wir müssen... Ich denke, wir müssen irgendwie zum Meer kommen und dann sind da wieder diese Meeresschildkröten. Kann ich mir vorstellen. Eieieiei. Hör auf die Lucy. Hör, was sie sagt. Sie ist immer da. Kennst du das Original? Hör auf die Mutti. Oh, nicht mehr. Ne? Oh, neue Pflanze. Sie gibt Ausdauer. Oh, ich will die Pflanze. Her damit. Her damit. Was ist das? Weidenröschen gesammelt. Ach, das war die Pflanze. Weidenröschen. Nice. Oh, sie gibt auch ziemlich viel Essen. Aber dann ist das echt hier so in so Bereiche aufgeteilt, wo die Pflanzen wirken. Unterschiedlich. Hier ist ein Pilz. Hier ist Kräuterseitling. Oh, Kräuterseitling. Die esse ich auch mal. Rund auch aus da. Hm. Oh, was ist hier? Schafskabe. Oh, die brauchen wir. Schafskabe ist für Heilungssachen. Mit Aloe Vera. Ganz viele Schafs. Ja, Aloe Vera habe ich ja auch gerade gefunden. Oh, wo? Musst du mir gleich mal zeigen. Hier so irgendwie. Okay, den Spot müssen wir uns merken. Hier wächst ja tonnernweise. Alter, wie viel Schafs gab es hier? Alles Essen. Alles Essen. Alles rein. So, wo war Aloe Vera? Äh, ich glaube hier so. Hier so irgendwo. Hier habe ich halt die ganze Zeit nur Schafskabe. Also, das ist auch wichtig. Wie viele Pflanzen wachsen hier? Ich kann keine Schafskabe mehr tragen. Wofür ist hier so wachsen. Warum steht denn da immer noch ein Fragezeichen eigentlich, obwohl ich das schon eingesammelt habe? Du musst die essen. Ich muss das mal essen. Genau, damit du rausfindest, ob die giftig oder es passen. Ah, okay. Soll die Fläger mal machen? Pflück, pflück. Ja, gut. Oh, hier. Aloe Vera. Genau hier. Genau hier, wo mein Speer hinzeigt. Die müssen die auch noch essen, aber die will ich nicht essen wegen Heilung. Ach so. Wir können das gar nicht doppelt einsammeln. Kann nur einmal eingesammelt werden. Also, als du sie eingesammelt hast, war sie weg. Ah ja, okay. Das macht auch Sinn. Oh. Okay. Richtung Heli, oder? Ach man, das muss alles nachladen. Oh, schön den Waldweg lang. Mhh. Das schmeckt. Das schmeckt richtig gut. Ich finde aber interessant, dass es hier Wege gibt, tatsächlich. Was ist das? Warte, das hat länger. Beide mal. Oh, diese roten Pflanzen. Weißt du, was ist das? Äh, die geben, äh, Wasser. Also, wischen Durst. Ja, die füllen beides ein bisschen. Essen und... Oh, was sind denn hier für schöne Blumen? Die wachsen einfach nur so? Hier, die sind ja schön. Aloe Vera. Ja, schon lange keine Lootboxen-Menschen mehr getroffen, gell? Oh, wenn etwas giftig ist und du es weißt, dann ist das Ess-Symbol rot. Ja. Guck mal, hier ist schön lila Blumen. Was ist das denn? Oh, das war nicht gut. Hier sind wir wieder am Anfang. Ach, hier war der... Oh, okay. Da hatten wir doch auch einen Speicherspot, ne? Ganz am Anfang, ja. Oh, sorry. Dann lass gleich mal speichern, da. Ja. Ach, schön. Hier gleich was gebaut. Wo wird denn hier gebaut? Oh, schön. Oh, hier liegt noch die Plane, unbenutzt. So, wir sind wieder daheim. Daheim, daheim, daheim. Hier. Ah, ja, stimmt. Ist echt cool, dass man... Also, ich find's... Ehrlich gesagt, find ich's geil, dass man nur einmal was aus den Kisten bekommt. Ja, weil's halt einfach realistisch ist. Darum haben wir auch die ganze Zeit halt so einen Mangel. Sonst könnten wir halt immer hierhin zurückgehen und... So, 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 so. Aber hatten wir hier nicht einen Unterstand gebaut? Ja, aber der... Das war die Plane da vorne. Ah, der ist zusammengebrochen, vermutlich. Ja, aber kann man, glaub ich, nochmal aufbauen. Einfach zwei Stöcke rein und dann... Oder? Ja. Zack. Nummer eins. Und... Wie gut auch diese Plane einfach aussieht, ey. Ja. Ach, das reicht schon. Ich speicher mal. Zack. Zack. Höhle, hier. Okay, ich komm zum Speichern. Jetzt, Aris, kommt wieder. Ich hab die Höhle schon erkunden. Ja. Ach, gibt's nix. Alter, die Plane. Krass. Okay. So. So, kleiner Cut, denn es krachte schon wieder. Es ruckelte im Karton. So, und wir haben hier irgendwie... Aber es liegt in deinem Namen, dass das mal abstürzt. Es ruckelt und dann schüttelt die Sand. Das hängt auf jeden Fall zusammen. Sind das eigentlich für Frösche hier, ey? So, nochmal zur Höhle gehen. Über uns, über uns, über uns. So. Ich hab sie vertrieben. Zack. Oh, was haben wir denn hier? Oh. Oh. Was hat er noch? Ach, ich hab die einfach links liegen lassen. So. Um. 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 Neue Anleitung. Um. Neue Anleitung. Aha. Weiß denn manchmal nur nicht, was jetzt da neu ist, wenn mir das da hingeschrieben wird. Also mit einer Batteriekammer und Kettensäge, ne? Und halt dieser GPS-Peil-Sender, dann ist das nicht das, was wir machen. Aber seit wann läuft denn eine Kettensäge mit Batterien? Jawohl. Ist das immer noch doof, dass meine Rüstung ist? Das. So. Gehen wir rein, oder wat? Mir gefällt das nicht, dass Aris schon wieder mit der Haftraum in der Haftraum. Alter, ja, Aris. Ja, sicher, sicher. Ja, sicher, sicher. Sicher, sicher. Oh, jetzt wieder in die geilen Höhlen rein, ey. Oh. Jetzt bin ich echt gespannt. Oh. Alter, sieht das geil aus? Oh, ja. Oh, hier sind Arme mit Ohren. Jetzt kann ich ihn hier essen. Oh, es gibt Konserven. Kann man die mitnehmen? Ja, es gibt einfach Konserven, die liegen hier rum. Rohes Fleisch habe ich gerade gegessen. Super. Konserven. Das ist roh, scheint so. Es scheint in der richtigen Höhlen zu sein. Kein Ausgang. Ja. Die Taschen haben. Hö. Alter, ist das cool, ne? Die sehen ja richtig nice aus. Aber das Wasser ist immer noch genauso laut wie in The Forest. Ja. Wie viele Totenschädel hier rumliegen. Das und die Knoppers-Tür. Yo. Yo. Oh. Die Beine habe ich auch. Ich habe zwei Füße. Ihhh. Was denn, was denn? Die, die sehen nichts oder so. Schaut mal. Da wandert irgendwas. Hier ist ein Kocker. Seht ihr die? Oh, das sind Leuchtfackeln. Ja, die sehen glaube ich nix. Aber rennen können sie. Leuchtfackel. Geil. Oh, das sieht so cool aus. Ich geh mal runter. Hallo? Kannst du mich sehen? Oh, wie die klingen. Bleib liegen, bitte. Bleib liegen. Oh, le. Okay. Wir müssen ein bisschen mit denen aufpassen. Die machen richtig krass Schaden. Oh, die halten auch gut was aus. Ich glaube, die sollen eigentlich noch zu stark. Also, ich hatte gerade zwei Knochenrüstung. Und der hat mich gehauen. Und beide Rüstungen waren weg. Und zwei Balken leben. Also, die hauen richtig rein. Das ist junger Junge. Alter, die sind richtig stark. Ja, die sind auch ziemlich fix unterwegs. Ihhh. Schaut mal denen ihre Gesichter. Ja, die hatte man, glaube ich, im Trailer gesehen. Alter, aua. Ah, bleib liegen. Reu, Digga. Oh, das ist ja noch einer. Ich dachte, das wäre Arbus. Bleib liegen. Bleib liegen. Wollen wir mal eine Plane hier aufbauen? Wir haben keine Lootboxen. Ja. Was sind da hinten? Zack. Nee, keine leider. Hey, meint ihr, die sehen nicht, aber hören dann nur? Vielleicht. Ja, die hören bestimmt. Das kann sein. So, kann ich jetzt hier... Hier. Ich kann hier kein... Kannst du was aufbauen? Warte. Ach, hier. Zack. Sehr schön. Speichern. Zack, zack. Ja. Okay. Bei mir ist kein Speicher-Symbol. Nicht? Achso. Nee, doch. Ich muss nur in eine andere Richtung gucken. Was haben die denn hier schön aus? Oh, schau mal. Ach, die haben hier... Oh, hier ist was. Was ist denn da? Okay, die suchen irgendwas. Solafit. Vergrößern. Oh, nice. Okay, also die haben ja irgendwas gesucht, die Dudes. Ach, hier ist es doch. Stimmt. Ah. Irgend ein Mineral. Kann man das aufsprengen vielleicht oder so? Oh. Oh ja. Aber es verändert. Aber noch nicht machen? Okay. So spät. Also erstmal gucken, wo eigentlich sieht das... schon so aus, als wäre das nicht irgendwie so sprengbar. Ja, irgendwie nicht. Nicht, dass du jetzt hier eine Bombe verschenkst. Weißt du? Soll ich testen oder nicht? Ist deine Bombe. Ich teste. Teste. Zünd den Knaller. Ui. Ui, 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 ui. Das hat doch nicht nichts gemacht. Ne. Jetzt hier hinten noch lange. Schade. Soll ich die ganze Insel alarmieren? Oh, hier liegt auch noch was rum. Ganz viele Krempel. Was ist das denn? Krempel. Hinten. Die ziehen. Und ein Kreuz. Kreuz gesammelt. Hä? Nice. Können wir irgendwelche... Also gibt es jetzt echt so Vampirviecher oder sowas? Ich habe das Kreuz in der Hand. Und kann das so... Hier. Weiche von mir, Jämon. Weiche! 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 Oh, nice. Okay, hier ist eine Sackgasse. Das heißt, es gibt nur einen Weg. Hast du immer noch das Kreuz in der Hand? Ja. Ob es hier wieder ein Tauchgerät gibt? Ja, ne? Wir hatten ja Luft. Ja, genau. Wir haben Luft. Was steht hier? Wir haben Luft. Red Lamp Storage. Wir haben ja Luft. Wir haben Luft. Luft gibt es auch ein Tauchgerät. Oh, da hinten. Oh. Sitzt da jemand? Ne. Du bist aber tot. Hallo? Hallo, Sir. Hallo? Oh mein Gott! Rent, rent! Ih, was ist das? Was? Was? Okay, der kommt nicht, der kommt nicht. Oh, ich kotze gleich. Oh, ich kotze mir gleich. Boah, ich dachte, der kommt. Alter, so ein Kaugummi. Ah, was ist das? Den haben wir doch gesehen im Labor. Ja, kann sein. Oh, lass dich mal anschauen. Der kommt da nicht durch. Wer ist er da? Der ist ein Haftschrumpen. Oh, das Gesicht da unten. Alter. Weiche, Dämon. So viel, so ein Hoba-Bubba ist das. Weiche. Gib's ihm, Lucy, genau. Weiche. Bombe. Oh. Was? Spreng ihn. Alter. Ui. Das hat man aber weit gehört. Hier liegen sogar... Alter, ich glaube, das soll man sogar machen, weil hier neben dem Dut hier liegen Haftbomben. Ja. Ich glaube, das soll man machen. Oh, nice. Alter, wie der aufgestanden. Habe ich in den Armen und Beinen gebrochen. Quetscht euch da durch. Oh. Oh. Ist das ekelhaft. Oh. Den hatten wir doch gesehen in dem Labor im ersten Teil. Ja, also du meinst dieser Haufen Matsche? Ja! Mr. Hubba-Bubba. Mr. Hubba-Bubba. Da sind wieder die, die so Aua machen. Und die hören Musik, hier ist ne Party. Warte, warte. Anschleichen und sperlen den Kopf. Au, 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 au. Die machen echt viel Damage, ne? Uah! Alter! Immer rauf, immer rauf! Nein, nein! Ah, au, nein! Oh, hinter mir sind auch noch welche. Ich bin tot. Ach, seid ihr beide tot? Nein, ich lebe noch. Die haben mich hier oben hin gerettet. Der gibt mir eine Nackenklatsche, das ist doch nicht wahr! Oh! Nicht sterben, nicht sterben. Oh Gott. Ja, ich bin hier oben. Ich bin hier oben. Versuch ihn wieder zu beleben, während du kämpfst. Oh, 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 oh. Oha, wo sind die, wo sind die, wo sind die? Die siehst du aber auch so schlecht, ne? In der Dunkelheit. Ja, alle rauf. Weil die haben genau die gleiche Farbe wie die Höhle. Ausstechen, ausstechen. Aber weißt du, was ich an denen noch weniger mag, als dass die so viel Schaden machen? Wir droppen keine Lootboxen. Ja. Oh, meine, meine, meine... Außer-O-Anzeige ist am Blinken. Ja. So ein Energieriegel, der steigert es ein bisschen. Oh, das stimmt. Vielleicht müssen wir nochmal zurück zu der Plane und... ...ein Schläfchen machen. Oh, dann ist... Ist das die Musik? Wie hör ich gar nicht.... Nicht! Okay, ganz langsam. Schleichen. Ja. Rechts ist irgendwelche. Oh, das sind die... Die siehst du echt kaum, hier liegt irgendwas. Ich werfe ihnen den Kopf. Oh! Okay, die kriegen das trotzdem mit. Ich dachte, echt Schleichen hilft. Ja. Da da drauf. Au! Nicht, dass die uns dann irgendwann überrennen. Nee, das wär nicht schön. Lucy, bist du down? Nee. Nee, ich versuch mir grad... ...leben zu machen. Radio! Radio! Wieso? Scheiße, da kommen jetzt welche. Hier liegt irgendwo ein Zettelchen rum. Achtung, da kommt noch ein. Ich seh die gar nicht. Aber die sind anscheinend doch nicht ganz blind. Oder hören die uns in jedem Fall? Ja, ich glaub im Multiplayer ist das noch ein bisschen verbuggt. Ja, wahrscheinlich. Oh Gott. Halten aber auch aus. Ich muss gleich nochmal eine Medizin nehmen. More lightning. Ich kann aber auch kein Seil mehr mitnehmen, leider. Ich hab alles voll, was hier rumliegt. Man kann auch nix so richtig daraus bauen, ne? Warte mal, ich... Nee, also... Ich hab halt keine Knochen mehr, verdammt, ey. Mann, ich könnte mir so viel Knochenrüstung machen. Ja, wir haben 5000 im Lagern, ne? Ja. Oh, hier ist Medizin. Was macht der denn? Hä? Der kotzt da die Wände voll, was bist du denn für einer? Was? Warte mal. Äh, was machst du denn? Was, ist das ein Bossgegner? Oh! Okay, auf drei werfen wir jetzt das Sperr. Ja. Warte mal, ich will erstmal eben Medizin nehmen. Okay, auf drei werfen wir dann unseren Sperr. Warte, 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 medizin. Warte mal kurz, ich lege noch... wo ist denn, wo ist denn jetzt die Batterie? Oh, er läuft. Ja, oder? Er hat da irgendeine... hä? Hä? Jetzt ist da eine Zeichnung an der Wand. Das war schon vorher. Oh, okay. Meine Tasche ist gleich leer. Ja, ich habe auch schon geguckt, wo die... Oh, Vorsicht. Äh, was ist das denn für einer? Jo. Finger Philipp ist das. Wie viel Speere, den drin hat. Oh, kein Speer mehr. Okay, drauf. Ja. Oh, der steht einfach wieder auf. Oh Gott. Der kotzt. Äh, das sind echt Finger einfach. Oh, den kann man looten. Den kann man looten. Oh, nice. Rüstung. Alle rauf. Hä? Conti? Habe ich jetzt... Habe ich jetzt Rüstung? Ich will nicht. Hat das geklappt? Ja, unten rechts. Mutantenrüstung. Ih, mein Arm. Habe ich nicht. Hä, wo... Ganz rechts. Also wenn du Inventar aufmachst, dann ganz rechts, wo deine Klamotten auch liegen. Nö, ist bei mir nix. Oh, lol. Also ich konnte... Also ich konnte... Stay out. Zeig mal, zeig mal. Zeig mal, zeig mal. Oh, ist viel zu dunkel. Kommt mal hier. Der Typ hat einen Zettel am Rücken kleben. Stay out. Haben das die Zombies, die Monster geschrieben oder was? Wir lassen. Bis zum nächsten Mal.